Also, hallo und willkommen zurück zu Pokémon Gelb-Japanisch. Ähm, der letzte Part ist einfach so abrupt geendet, weil ich aus Versehen die Aufnahmetaste gerückt hab, aber er war eigentlich ja lang genug, also von dem her. Ja, wir sind jetzt wieder hier. Wir kämpfen hier mal gegen den ersten. Von diesen Dojo-Typen. Okay, jetzt mal ganz ehrlich. Das hier muss rückzuckig sein. Was soll denn das? Was ist denn das dann? Evoli. Gelbe Edition. Tackle, Routenschlag, Sandwirbel, Heuler, Ruckzuck-Heep. Es ist über Level 23 und... Also, das muss rückzuckig sein. Warum ist das nicht rückzuckig? Wenn das rückzuckig wäre, dann hätte er zuerst angegriffen und das hat er nicht. Okay, was macht das hier? Äh... Keine Ahnung. Das Evoli muss doch ruckzuckig hiepen können. Es ist ja... Es muss ruckzuckig hiepen können. Das hier unten anscheinend. Okay, also wird es unten getan. Okay, gut zu wissen. Also, ich kann mit dem Evoli gegen seine Pokémon schon kämpfen. Das muss man so anfangen. Ja, mit dem Auffahren meine ich nicht viel länger als am Auffahren. Ich fühle mich komplett verarscht. Also wirklich. Warum machen die mich so fertig? Der macht mich ja nicht nur ein bisschen fertig. Der macht mich, like, so richtig fertig. Aber, like, so richtig. Ich kann den auch nicht skippen, wenn man es so drückt. Außer ich mach das so. Das ist witzig. Eigentlich könnte man von denen Trainer flyen, aber... Man kann es nicht so leicht durchführen, hier. Wait a minute. Ach was. Das geht nur auf der Seite. Das ist ja witzig. Ah ne, das bringt gar nichts. Egal. Warum kann er one-hitten? Ich will, dass Evoli schon leveln. Warum können die ihn alle one-hitten? Zumindest habe ich es geschafft, den Zweiten zu besiegen. Oh mein Gott, Alter. Der dritte ist der, der das Pokémon hat, was wir wollen. Oh, warte mal. Theoretisch könnte ich... Ach, keine Ahnung. Gehen wir... Gehen wir... Zum Pucke. Zum Pucke. Gehen wir zum Pucke. So. Ich meine, klar. Wir haben jetzt natürlich einen Level-Jump gemacht, weil wir ja mehrere Arenen und so geskippt haben. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das Problem, warum das so hart ist. Hm. Da hätten kann ich nicht wirklich was fanden. Ach, Mensch, 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 Mensch. Ich würde gerne Train of Lyles dort ausführen. Ich kann es aber quasi nicht so ganz. Zum Beispiel ist es halt schwer. Guck dir mal an, wie viel Schaden der machen kann. Äh, warte mal. Nein. 33. Nein. 33. Wer lernt was? Lernt Pikachu was oder nicht? 33. Ja, Pikachu lernt Agilität. Da machen wir Doppelteam weg. So. Gut. Oh mein Gott, Alter. Okay, jetzt ist der Pfad vorbereitet. Der da drüben ist der, der mir. Ich hab's jetzt schon wieder vergessen eigentlich. Welches Pokémon gibt er mir? Äh, 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 äh. Ah, ja, genau. Wir haben ja schon Magma. Und der gibt mir das Elektro. Variante davon. Das nimm bist du. Und das ist, normalerweise ist ein Kraftwerk, aber in dieser Gen ist es einfach nicht bekommbar. Deswegen vorteilhaft, dass ich, äh, hier doch eine Möglichkeit habe, es zu holen. So. Einmal heilen. Wie schauen wir uns an Bällen aus? Wie schauen wir uns an Bällen aus? Sieben Stück. Na, ich vertraue darauf, dass das reichen sollte. Wie schauen wir uns an? Ich kann im Allgemeinen nicht so weit gucken, wenn ich den vielleicht sogar auslassen kann. Okay, dieses Manky schon mal alles besser. Manchmal fühle ich mich wirklich verarscht, muss ich ja sagen. Äh, mit zwei Leben, das... Ja gut, was soll man machen? Äh, wie geht's dem Pikachu? Mir geht's ganz gut, auch wenn du zwei Leben hast, das ist ja gut. Okay, ich hab den Account ja nicht dadurch geändert, dass ich Pikachu angeklickt habe. Ehrlich, ich erwarte, dass das schon passiert, bevor ich überhaupt darüber gehe, aber naja. Was zur Hölle, Alter? Er hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. Oh, was... Was, welchen Donner willst du machen? Ah, nicht. Ah, das ist ja meine Schwester... Okay, das war aber ein zweiter Ball jetzt drin, das ist gut. Ah, wo bist du da, Elektrobus? Der elektronische Bus, wie man so schön sagt. Ich weiß gar nicht... Ich hab irgendwo hier noch, äh... Nein. Nein, 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 nein. Ah, hier. Genau, ich lösche hier aus der Liste ja Pokémon raus, die eigentlich unobtainable sind, die ich jetzt aber obtained habe. Gut, gehen wir hier rüber und gehen ins Poké Center und heilen uns. Jupp. Äh, dann würde ich gerne noch speichern. Und ja. Äh, wir machen jetzt die letzten Leute, die da oben sind, oder? Ist ja, glaube ich, sogar jetzt nur noch einer, oder? Ich glaube schon. Äh, welches Level hat unser Evo hier? Oh, ich wollte den anderen ja nicht weglegen, ja, naja. Nur ein Zwanzer, ich habe sogar noch gar kein Level abbekommen. C'in einem, was wir sch подумt, oder? Okay. Treffer, ich werde dir das immer mehr als Talk eens mit dicen. Okay. So, heilen? Okay, hier hoch. Hier rein. Wir haben immer noch nur eine Wand, oder? Ja, so schaut's aus. Ähm, gut. Alles klar, alles klar. Ah, alles klar. Da wollen hittet die alle beide. Der ist jetzt auch noch am härtesten. Mensch. Wie soll ich denn neue Pokémon für mein Team holen? Äh. Okay. Also ich hab mich, denk ich mal, entschieden. Äh, wir probieren das jetzt erstmal nochmal. Hat mein Headset anscheinend leiser gemacht. Übrigens will ich mal das Moveset adjusten. Ist das hier dann Routenschlag? Wahrscheinlich schon. Also Routenschlag, Sandwürbel, Euler, Ruckzucki. Ja, okay, das passt dann eigentlich. Ich muss dann nur mal eben Tackle und dieser Page hier löschen. Ah, gut, dann passt das Moveset eigentlich. Aber wir wollen diese Page hier löschen. Ah, machen wir ja das hier weg. So. Okay. Oh, nice. Ähm, Ruckzuck-Keep. Das ist falsch. Oder? Ja, genau, okay. Das hier ist Ruckzuck-Keep. Dann wäre hier Slam. Und hier Donnerblitz. Weil die Agilität ganz unten ist. Ruckzuck-Keep, Slam, Donnerblitz, Anilität. Äh, Tenwürbel, Jock. Okay, ja, wie man sieht, ich schaff das nicht. Okay, ich denke mal, wir gehen erstmal in den Pokémon-Turm. Um da zu trainieren. Und wir finden jetzt erstmal heraus, welche Pokémon der Trainer Flyglitch bei unseren Rivalen triggern kann. Okay, der funktioniert schon noch. Wenn ich ihn ja mein letztes Mal benutzt habe. Das ist okay. So, die will ich ja alle bestehen lassen. Also viele Trainer stehen lassen, wie ich nur kann. Okay, wir legen mal ab. Das ist unser Graben-Vorpommern. Und dann kommen wir alle mal. Also. Jetzt switchen wir mal auf Box 1. Also. Wir legen alle ab. Außer das Ab. Und, äh, wir speichern hier einen Front vom PC. Den Rest lösen wir über Safe States, würde ich sagen. Beziehungsweise eigentlich macht das keinen Sinn, so. Das ist ein bisschen kagger, wenn ich drüber nachdenke. Ach, okay, warte mal. Aber danach darf ich den PC. Nein, doch, wahrscheinlich schon. Wir holen uns. Wir holen mal unser Pikachu. Zumindest muss er Pikachu holen wir uns. Pikachu hat in der Agilität eine Attacke, die keinen Schaden macht. Aber die kann er nicht wirklich oft einsetzen. Aber die Gegner sind ja wieder stärker geworden. Wird es wahrscheinlich nicht mal so schwer sein, gegen ihn zu verwecken. Ah, warte mal. Der erste Trainer, Flyglitch Trainer, ist wirklich der erste da hinten? Ja, anscheinend. Oder ich gehe halt im Wasser runter, aber, äh, ne. Das kommt mir auch nicht, ob ich besser fahre. Ah, wir speichern mal hier. Gut. Dann tun wir jetzt das allererste, das unser Pikachu wegtun. So, bevor wir das machen, machen wir mal eine Safe-State hier. Tun jetzt. Das oberste müsste er ablegen sein. Ne, ist es mit mir. So, dann haben wir jetzt nur ein Abra, was nichts kann außer Teleport. Damit gehen wir hier rein in den Pokémon-Turm. Und gehen in unseren Rivalen-Kampf. Ich wollte schon sagen, sag mir nicht, dass er mich nie angreift. Und dann die comfortable ist es geht. was habe ich gerade getan ich die die konnten mich nicht sehen ich meine wenn ich jetzt darüber gehe dann tue doch wieder eine box an der warte also lange ich noch kein bell gemacht habe passiert gar nichts aber ich kann auch kein annehmen gerade eben war ich aber auch vor battle im wohnen konnte aber so wird wir gehen jetzt einfach nicht zum dinge sind wir gehen einfach jetzt direkt nach oben dass wir organisieren wurde nicht dann sollte jetzt eigentlich auch dieser status erreicht sein dass hier wieder ein und das irgendwie in dieser komischen art und weise dieser rivale funktioniert weil dieser rivale sich nicht bewegt weil er sich nicht bewegt weil er sich nicht bewegt oh mein gott kann ich dagegen was tun ich meine rivale der bewegt sich aber ich meine das könnte der grund sein aber irgendwo ist es auch hier war like er kann man sieht er bewegt sich keinen schritt er ist aber trotzdem in der lage uns in den kampf zu engagen okay machen wir das mal weg vielleicht kriegen wir ja bei dem hier ein anderes okay jetzt sind wir bei evo die verweckt vielleicht kriegen wir jetzt anderes resultat das ist so krank was ist denn das für ein state ich also es ist ja nicht der standard cutscene state weil in dem könnten mich leute immer noch ein gate ich bin ein state in dem ich mein fucking menü öffnen kann mich aber niemand ergänzen kann das ist leicht so krank ich könnte jetzt straight up in jede mögliche stadt gehen ohne einen einzigen trainer encounter zu haben das könnte ich jetzt einfach machen ich meine okay interessant das heißt auf jeden fall dass wir von ihm keine pokémon kriegen auch wenn ihr auf der seite das trotzdem angezeigt wird was für pokémon er bekommen würde ohne dass sie extra dabei steht dass das aber nicht funktioniert dann muss ich ihn anders aber da muss ich den trainer vielleicht vorher abbrechen die das ist die 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 Und jetzt zu meinem Rivalen gehe und dann am Rivalen verwecken, habe ich dann ein anderes Resultat? Ich hoffe, wir haben ein anderes Resultat. Ein Trainer. Vier Pokémon. Jetzt mal nur eine Frage. Der Trainer, von dem ich geflüchtet bin, hat eigentlich drei Pokémon. Okay. Okay, das heißt also, die Werte von diesem einen Pokémon von meinem Rivalen sind so, dass ich... Ja, okay. Okay. Dann muss ich ehrlich gesagt fast sagen, da mache ich das lieber nicht hier, sondern unten, damit ich den Trainer von da benutzen kann. Aber okay. Okay, das ist zumindest interessant zu wissen. Das ist wirklich interessant zu wissen. Ah ja. Okay, ich sollte vielleicht auch safe stayen. Ah, Shift 1. Ah, ich will nur das mal nochmal probieren mit Like Emiliate. Ah, warte mal. Machen wir jetzt auch Shift F1? Sorry, haben wir den Trainer Flyglitch erfolgreich getriggert. Wie können wir eigentlich... Ich kann auch... f1 das heißt also wir müssen jetzt in irgendein trainer battle engaging irgendeins was halt unwichtig ist was wir sonst nicht brauchen nehmen wir den typen da unten also den da und er muss natürlich gehen wir haben in einer trainer battle engaged erfolgreich jetzt nachdem wir das gemacht haben machen wir wieder safe state ich bin auch mal eigentlich kann ich das auch vorhin machen das ist ja der falsche knopf gewesen Die Attacke ist ja auf Türen, ja. So. Das ist ein bisschen weird. Jetzt krieg ich ein Georock. Ich mein, Georock ist nicht Geowatz. Also. Irrelevant. Ja, irrelevant, denke ich mal. Georock kann ja wahrscheinlich auch gefangen. Ja, definitiv. Georock kann zu 100% gefangen werden. Ich habe jetzt keine S-Nah. Ja, nicht Reset. Ne, F1. Ja, das möchte ich nochmal machen. Einfach, weil ich überrascht dabei bin, dass halt jetzt Georock kam, wo wir vorher ja ein Trainer encountert wurde. Ja, okay. Ich weiß nicht ganz, was ich vorhin dann anders gemacht habe, als vorhin ein Trainer encountert wurde. Okay, das erste Tötenpian. Dann sterben wir ja mal eine Türen. Was kommt jetzt? Ah. Ich glaube, ich bin schon bis hin geblieben. Gut, dass es Save-States gibt. Okay, also sein zweites Pokémon bringt uns ein Glitch-Pokémon. Das wollen wir also auch nicht. Ich glaube, ich glaube, das ist ein Dritten aus. Was bringst du uns? Ein Turntok? Ähm, das haben wir aber schon. Jupp. Okay. Okay, was bringt uns ein, äh, sandiges Pokémon? Okay. Das war nicht wirklich relevant. Evoli, das ist sein letztes Pokémon. Was bringt uns denn Evoli? Hm. Warte mal. Ist das nicht eine Maromai? Oder, warte mal. Oh, das ist gar nicht. Hast du keine Trade Evolution? Ist der Geöffner? Mach. So. Achso, du bist die, du bist die zwittelste Stufe. Du bist noch gar nicht die Endentwicklung. Die ist aber anscheinend nicht unavailable. Ist das Teil von einem In-Game-Trade gewesen, oder was? Ja, ist es. Okay. Okay, gut, dann, ähm. Dann können wir den Emulator resenden. Aber dann wissen wir, dass wir Trainer Fly hier gar nicht anwenden müssen. Bei unserem Rivalen. Den können wir einfach fertig machen. Gut. Jetzt hätte ich vielleicht auch Offscreen rausfinden können, aber... Vielleicht hilft es ja jemandem. Weil ich, wenn ich das vielleicht auch machen will. Weil die Tabelle sagt es eigentlich. Sagt es einem ja leider nicht. Die berücksichtigt Gelb leider nicht. Ja, was ist denn, was ist die Webseite? Okay, was haben wir jetzt? Genau. Ah, warte mal. Ich hatte doch noch oben da. Ach, da müsste ich gleich die Moose reorganisern. Wenn ich das Ding jetzt... Beziehungsweise nicht Pikachu kommt nach oben. Nein, hier würde das Evoli ja trainieren. Das Evoli kommt, wenn wir noch nach oben. Das Evoli sollte seine Moose in der richtigen Reihenfolge haben. Aber wo Evoli und Moose... Ich sollte die Moose von Evoli mal noch ganz vorne schieben. So. Also, wir kämpfen jetzt gegen unseren zweiten... Gegen einen Rivalen später als eigentlich... Aber das wird schon passen. So. Also. Rotenschlag, Sandwirbelheuler, Umzugheb. Er war ein bisschen schnell weg. Aber okay, muss ich ein bisschen aufpassen. Okay, hab den ersten Damage quasi tauschen. So, da muss ich jetzt noch hier attacken, Markus. Anpassen. Umzugheb. Slam. Und dann der Donner Blitz. Okay, nee. Okay, nee. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, damit haben wir den Kampf im Lavandiaturm Ah, machen wir das mal weg? Damit haben wir den Kampf im Lavandiaturm erledigt So Ah, stimmt, wenn Leute Warte mal, eigentlich sollte ich das ja schon sehen können Variables Team Wenn sein Evoli zu Aquana entwickelt, besitzt er Vulpix Hat er nicht Falls der Evoli sich zu Blitzer entwickelt, besitzt er Vulpix Wenn sein Evoli sich zu Aquana entwickelt, besitzt er Vulpix Okay, perfekt Das ist gut, das ist sehr, sehr gut Weil er hat jetzt schon ein variiertes Team gehabt Hat einfach nur sein Evoli entwickelt Aber er hat schon ein anderes Team gehabt Das heißt also, wir haben ein Garant... Also sein... Also wenn diese Webseite hier jetzt nicht falsch ist Was mich sehr wundern würde Ähm... Haben wir also die Garantie Dass er jetzt Flamara besitzt Was sehr gut ist Weil das war ja unser Plan Wir wollten ja, dass er Flamara bekommt Okay, ähm... Gehen wir jetzt den Turm weiter hoch? Ja, grundsätzlich denke ich schon Wir können ja kein Pokémon fangen Weil wir das Silphscope nicht haben Klar könnte ich das machen Hör Ihr warst ja nicht Okay, wir haben erstmal unsere Rivalen erledigt Dann teilen wir uns hier Äh... So, war jetzt... In der Höhle, die über uns ist War da jetzt irgendwas Interessant... Irgend ein Trainer, der wichtig ist dabei? In dieser Höhle... Ah ja, stimmt Im Turm war ein wichtiger Trainer Wenn ich es drüber nachdenke Äh, ich glaub zumindest, dass er wichtig ist Ähm... Die sind alle komplett irrelevant Der hat ein Kadabra Was wahrscheinlich relevant ist Bin man hundertprozent sicher? Okay... Okay... Ja, genau... Also Kadabra Ja, Kadabra Würde ich sagen Also... Okay, ähm... Kadabra Achso, aber man kann's auch fangen Dann ist es eigentlich nicht relevant Dann ist der... Dann ist die Höhle eigentlich auch komplett irrelevant Was die Pokémon, die mir die Trainer dort geben können ansieht Okay... Ähm... Warte mal, das vor der Höhle Ist das irgendwie relevant? Nope Nicht wirklich Das Kraftwerk ist natürlich relevant Um Pokémon da zu fangen Ich mag aktuell in meinem Kopf ist so der Plan Dass ich als nächstes Sabrina machen würde Was bedeuten würde Ich müsste bis nach komplett oben gehen Im Pokémon-Turm Also... Ach ja, machen wir das jetzt Machen wir das jetzt einfach Wir gehen bis nach komplett oben Im Pokémon-Turm Wir können halt gerade noch keine Pokémon fangen Ah, warte mal Mir ist gerade aufgefallen Dass ich ja gar keine Poké-Puppe habe Weil die muss man ja kaufen Die gibt's ja nirgends Das liegt... So eine liegt ja nirgends so rum Ich brauche ja eine Wenn ich, ähm... Das Silvescope skippen will Brauche ich eine Poké-Puppe Also... Machen wir uns mal auf den Weg Um die Puppe Zu holen Ah... Ich glaube es war da Wo man die Steine verkauft Um ihn ganz richtig hinzuhalten Aber wo Steine verkauft Vielleicht können wir jetzt jetzt sogar ein Lais Ich bin doch sogar auch ein Lais Aber Evelie muss sich noch nicht entwickeln Genau Hier hat er noch nicht mal ein Level abbekommen Auch wenn ich jetzt trotzdem mit dem Stein zu nur ein bisschen Dequay haben will Aber ich glaube Stockwerk ist hier Also ich glaube Hier Oder ne, warte Das ist glaube ich zu hoch Weil hier oben ist die Decke Oder... Dann war's glaube ich Das hier Das hier dann Ich glaube schon, dass es solche waren TMs Das ist wirklich der, der TMs war Oder war's doch der Einzelne, der da unten war Ah, hier Ah, hier unten Ah, ich glaube du warst es sogar, oder? Wahrscheinlich schon Ja, die Entwicklungssteine waren glaube ich richtig teuer Also E.K. 2900 Das könnte es sein Das hier müsste eigentlich die Poké Puppe sein Ich, äh, schau mal nach In meinem, äh In meiner Itemliste Wo ist die Poké Puppe? PokéDoll Ich weiß gerade gar nicht, aus welcher Art von Item das überhaupt zielt Wahrscheinlich aus Asser, oder? Ja, tut's ja Ja, das ist die Poké Puppe Okay, dann kaufen wir uns eine davon Wollen wir unser Pokémon von normal zu Wasser entwickeln? Er kriegt da keinen Step mehr mit, 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 mit seiner Attacke Ich mein, Eboli lernt ab Level 36 Energiefokus Und Aquana lernt die erste Wasserattacke Ab Level 36 Wenn ich mir richtig im Sinne Müsste das aber auch so gehen Ich weiß gerade gar nicht, ob Energiefokus überhaupt Sinn macht Ich glaube, das ist der Attacke, die in Gen 1 gebroken ist, oder? Grund eines Fehlers Äh, ja Äh, ja Egal, äh, wir kaufen erstmal noch keinen Stein Wir entwickeln Eboli erstmal nicht Sondern machen uns Auf den Weg in das Poké Center Entschuldig Und auf den Weg Und auf den Weg Äh Äh Äh, ja Warte mal, bei dir war das aber ganz ungen, oder? So, kannst du mich ein bisschen wegkommen Will ich ja auch Äh, ich probiere jetzt nochmal das Kampfdojo Vielleicht habe ich jetzt mehr Lack Awww Anscheinend hab ich wirklich mehr Lack Pikachu hat ja nicht mal mehr Leben verloren So Speichern Okay, das ist Kiggly Und Das Mein Gott, Alter, wo hab ich ihn jetzt überhaupt hingeklickt? Ach so, stimmt Und das Pokémon, was wir wollen, ist Kiggly Ich schau aber trotzdem nochmal das andere an, ich weiß nicht, ob ich den Einträge da kriege So, da haben wir Kiggly Dann kann ich in meiner schönen Tabelle mal eben Kiggly Als, äh, naja, Gefangen markieren, dann muss er Mit Extracker da Wir sind, glaub ich, recht weit unten hier drin, kann das sein Wo ist Kiggly? Und Warum sollte man das auch können? Ah, eigentlich ist das Arsch Okay, also wir gehen jetzt in den Pokémon Turm Und, äh, wandern dann den Turm hoch Und, äh, wandern dann den Turm hoch Und, äh, wandern dann den Turm hoch B Pikachu Okay Keine Ahnung, warum ist das gerade kurz, irgendwie Okay Das war leicht weird Und liegt es da dran? Ne, das hat mir keinen Effekt da drauf Ich starte ja über Steam, weil auf die andere Weise funktioniert mein Controller auch komplett ohne Probleme, war ja mein Adapter, also mein Funk-Ding für den Controller. Man muss sagen, im Nachhinein wäre es, glaube ich, besser gewesen, einfach Bluetooth zu nutzen. Denke ich zumindest. Keine Ahnung. Das ist immer, wird sich irgendwie nicht verbinden, der Controller damit aktuell. Ja. Und ich, wahrscheinlich würde ich, kann ich es dadurch fixen, wenn ich den Controller mal mit der Switch verbinde und so, aber die habe ich aktuell nicht so bei mir rumstehen, also ja. So. Okay, ich gehe hier rein. So, die ersten beiden Stockwerke, beziehungsweise das Erdgeschoss und der erste Stock sind beide Pokémon frei. Okay, du bist ja auch kein Trainer. Warte mal, im Pokémon-Turm gibt es auch versteckte Items, oder nicht? So, genau eins im fünften Stock. Okay, dann gehen wir erstmal bis zum fünften Stock, ja. Okay, also als allererstes. Wisst ihr, was witzig ist? Wenn man hier in die Party reingeht und dann hier auf Bericht... Ah, und dann hier auf Bericht geht und dann hier wieder rausgeht. Dann sieht man, was der Geist wirklich ist. Ist sehr witzig. Hast du... Hast du eigentlich Angst vor Geister? Anscheinend. Ja, tut mir leid. Wir müssen hier durch. Sind doch auch nur Pokémon. Muss es so sehen. Auch nur Pokémon. Halt, ähm, weniger lebendige, aber ansonsten sind doch auch nur Pokémon. Okay, Stockwerk 2. Äh, an der Frau kommen wir nicht vorbei, ohne sie zu battlen. Soweit ich das richtig erkenne. Also, äh, witzig gebattelt. Man muss sagen, der ist nur dafür drin, um XP zu kriegen, weil, ähm... Geist-Pokémon und so. Oh my fucking goodness man. Oh, stimmt. Ich habe ja noch einen Team-Member eigentlich. Einen richtigen Team-Member. Aber das bringt hier in dem Turm, like, überhaupt nichts. Ja, ist okay. Okay, wir laufen einfach weg. Mit dem ist Pika? Ach ja. Naja, vielleicht fühlt sich Pikachu am Ende des Turms besser. Ah. Warte, hier drüben ist noch ein Item. Den haben wir auch noch. Das sind nicht ganz alle Items. Okay, ja, an der kommt man vorbei. Wir können hier oben lang gehen, ohne große Probleme. Dann können wir ja an der vorbeigehen. So, hoch. Dann speichern wir hier. Äh, gibt's hier drin ein Item? Ist das schon Floor 5? Ja. Ist es. Okay, damit sind die unsichtbaren Items erledigt. Äh, fühlst du dich besser? Nein, ich glaube nicht. Naja. Äh, das ist das mit dem Heil-Zirkel. Ist hier irgendwie ein Item drin? Oder so? Nein. Okay. Okay, geht sogar. Ich könnte auch die andere nehmen, aber es macht halt eigentlich keinen Unterschied. Ist ganz witzig. Sehr viele von denen, also sehr viele von den Leuten hier produzieren Missing Nose. Ah, okay. Das ist von der Reichweite her sogar so. Das ist irgendwie sehr, sehr witzig. Wir haben überlegt, dass Missing No ja auch einen Geistsprite haben kann. Als einen der wenig. Ich frage mich, ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das funktioniert, weil ich hab mal gehört, dass die Pokédex-ID, die, die Pokédex-ID sorgt für das Bild und auch für den Namen quasi. Ähm, aber die Sache ist ja, Missing No haben alle dieselbe Pokédex-ID. Also, warum gibt es da welche, die einen anderen Sprite haben? Da scheint er nicht direkt an der ID zu hängen. Oder zumindest nicht nur. Okay, die da oben muss ich bekämpfen. Dafür kein Weg drumherum. Okay, wir gehen wieder runter zum Heilzirkel. Glücklicherweise ist der nicht weit weg. Bei Paralyse habe ich jetzt echt keinen Bock. Ich finde das krass, wie viele Trainer man eigentlich skrippen kann. Das ist schon ziemlich krass. Das ist natürlich ein Haufen XP, was hier auf der Strecke liegen bleibt. Aber ist nicht so, wie als wäre das Spiel jetzt per se schwer. Also, like, man kann auch unterlevelt sein und das sollte eigentlich noch gehen. Weil mehr als genug Trainer ja da sind. Also, man kann ja recht viel skippen. Und es ist ja... Ja, das war ein falscher Typ, wenn man es ist, was macht's. Er ist verwirrt. Ich meine, ist nicht so schlimm, weil er jetzt nicht mehr überwird ist. Aber... Oh, da unten ist ein Ball. Äh, ja gut, aber gegen die will ich noch nicht kämpfen. Okay, äh, wir nehmen unsere Pokepuppe, was, glaube ich, das unterste Item in unserem Inventar sein sollte. Nein. Das da. Warte mal. Wie schaut die Pokepuppe aus? Äh, nein, Itemliste. Ich sollte es ja noch ausgewählt haben, ja. Es fängt mit dem T an. Äh, das da? Yup. Und damit ist der Encounter weg. Gut. Logischerweise kann man das Pokémon hier nicht fangen, auch nicht, wenn man Silvescope hat. Weil das halt, äh, Lore halt. Und so. Ist ja Lore. Lore ist wichtig. Lore in Pokémon spielen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, mich würde es nicht stören, wenn Pokémon-Spiele mal etwas mehr interessantere Lore hätten. Ich meine, es gibt Mache-Fangames, die auf, like, dem Manga basieren, und was für cooles Zeug da passiert. Warum machen die Pokémon-Kompany das nicht? Lassen Pokémon-Spieler einfach auf dem Manga basieren. So viel besser. Es ist so viel mehr cooles Zeug. Okay. Mir fällt gerade so auf, so in meinem Kopf, like, hier ist ja Team Rocket wahrscheinlich auch drücken, oder? Also, like, Jesse und James. Ist das euer Scheiß-Ernst? Ich bin ja ein wildes Pokémon-Encounter gekommen, bevor Jesse und James kommen. Juppie ist Jesse und James. Ah, wisst ihr, was das heißt? Wir könnten Trainer-Fly-Glitch-Andäne machen. Ja, gut. Ah, dann brauchen wir Schaufler. Ah, das bist du. Okay. Äh, machen wir... Ja, machen wir das dann auch. So, jetzt gehen wir mal als allererstes vor dem. Speichern. Machen ein Save-State. Okay, PC können wir ja verwenden, glücklicherweise. Wir legen... Unser Teleport-Pokémon können wir behalten. Okay, gucken wir mal, ob das so reicht, um den Turm wieder hochzuklettern. Ich mach eigentlich gerade eh nur einen Test. Deswegen save ich jetzt hier mit F2. Wollen wir noch mehr? Ja. F2. 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 F3. F2. F2. Auf, auf... Zwei. Shift, F2. Mein Gott, Alter! Okay, das ist mir schon lieber. Okay, äh, was... genau... In was genau resultiert Mauzi? In einen random Trainer? Genau. Äh, finde ich wieder etwas vorführend, aber gut. Äh, F2. Und in was reduzier... resultiert Retter? Na, aber okay, auch mal. Das ist derselbe Trainer. Bin mir echt ziemlich sicher. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Das will er also bedeuten... Bist du mich verarschen? Ernsthaft? War ich ein paar Lucky Rolls oder sowas? Ein paar sehr Lucky Rolls. Ein paar sehr Lucky Rolls. Schnappst du halt. Mein Gott, Alter, ich will nicht noch mal runtergehen und mehr Pokémon mitnehmen. Oder andere... Oder... Starter mitnehmen. Eroly, du kannst das jetzt schaffen. Du weißt, dass du das kannst. Ich dachte... Ich glaube eigentlich schon, dass es gehen sollte. Er war weg. So, das ist das dritte Pokémon von denen, ne? Wir encountern wieder den exakt selben Trainer. F1. Ich glaube nicht, dass das so hinhaut. Ich glaube, ich muss vorher einen... Einen, äh... Normalen TrainerFly-Based. 26. 25. 27. 46. 33. 32. wenn wir jetzt schon ein trainer besiegen müssen besiegen wir dann auch den der von dem ein item stellt mindestens in dieser realität das ist glaube ich die etage da 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 Ich meine, klar, gut, das werde ich wahrscheinlich sowieso nochmal aufsammeln, weil das wahrscheinlich jetzt gerade eh nicht die Art und Weise ist, wie es dann durchgeht. Ähm... Shift F2 Shift F2 Okay, jetzt sollte eigentlich kein Trainer kommen. Es kommt trotzdem der Trainer, okay. Okay, irgendwas muss an Team Rockets Encounter dann aber besonders sein. Like, irgendetwas muss da dran besonders sein, sonst würde es nicht gezwungenermaßen einen Trainer triggern. Okay, da besteht jetzt noch eine Sache zu tun. Und die wäre Team Rocket wirklich zu besiegen und zu gucken, ob das ein anderes Resultat hat. Ja. Ja. Das ist passt Ja. Der erste Auftritt von Team Walker, also von Jesse und James, da konnten wir es ja gar nicht testen. Weil da hatten wir ja noch gar nicht alles, was wir dafür brauchten, um das wirklich durchzuführen. Da hatten wir ja keine Trainer, von denen wir flüchten konnten in dem Moment. Das hatten wir ja dann erst, äh... Warte. Egal. Ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich, hier müsste man jetzt schon mal einen Kreis darüber nachdenken. Naja. Egal. Machen wir es auf jeden Fall mal mit dem Team Rocket hier und gucken wir mal, wo wir selber dran kommen. Colin, auch in Slugh. In Slugh auf die nächsteniness- Interessant, Interessant, Interessant Einen Counter mit dem, ey Oh, warte Der ist hier Ich hab nur Pikachu und Dings Kann das Inventar, ja ok, Meister mit dir Das sollte, glaub ich, auch gehen Au, stimmt Das Problem ist, ich komm jetzt nicht einfach hier raus, ohne einen Counter zu haben Außer, ich hab zufälligerweise einen Fluchtseil irgendwo aufgehoben Äh, wie sieht ein Fluchtseil nochmal aus Ich hab aber mein Graben-Pokémon nicht mitgenommen Ich dip Ich dip Ich weiß grad irgendwie so ganz, äh, wo ist hier ein Fluchtseil Okay, jetzt encountern wir mal ein Pokémon Weißt, wisst ihr, wie ironisch das ist? Ich, ich hab grad gegen Team Rocket gekämpft Und jetzt krieg ich ein Team Rocket Pokémon Like Wisst ihr, wie ironisch das ist? Das ist ja Das ist ja voll der Witz Ich kämpf gegen Team Rocket und krieg ein Team Rocket Pokémon Nice Okay Äh, jetzt mach ich aber Immolatto Reset Äh, wie schaut unser Team hier an dem Punkt aus? Genau, Evoli und genau, alle sind da, gut Okay Dann gehen wir da durch Ich find's ein bisschen weird, dass wenn ich vorher einen Trainer bekämpfe, es dann nicht funktionieren wird Tut Oder vielleicht tut's doch funktionierlich auch das Waldwort Wir werden's sehen Aber was auf jeden Fall klar ist, deren Encounter ist kein Encounter, der mir das Menü wiedergibt Also zählt das nicht als, äh, dass, dass jemand zu dir Also, das ist quasi eine andere Art von Cutscene anscheinend Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es diese Art von Cutscene in, like, dem vorherigen Spiel schon gab Oder ob die die extra in Gelb reinprogrammiert haben Ich mein, Gelb hat andere Glitch-Pokémon, also Ist definitiv neuer Code da Das würde ja nicht existieren Wir machen jetzt mal hier einen Safe-State Äh, ja Oh mein frikin' goodness, man, die ist echt Na, warte mal Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, wenn ich so drüber nachdenke Wir haben unser Menü Jetzt müssen wir nur einmal Also, wir machen jetzt hier Shift-F2 Achso, das ist ja Sand-Attack Warte mal Ich möchte am Annauzi jetzt nochmal sterben Vielleicht hab ich vorhin was falsch gemacht Vielleicht wundert's halt Dass hier, like, alles einen Trainer hervorruft Also, like, äh Wirklich alles Hier ruft einen Trainer hervor Ob wir das zum Attacke übrigens mal vertragen Oh, das ist die accuracy-dropping-Attacke Egal Oh, nice, äh Ich hab es geschafft, ihn umzubringen Hab ich nicht Agilität bisher gehabt? Okay, egal Wir sind bei einem zweiten Pokémon, mit dem beim ersten Mal ja auch nichts kam Ja, es kommt wirklich Dann liegt das wohl an der Art des Encounters Okay Dann geh ich aber heilen Dann heißt das also Ich kann hier wirklich nur ein Pokémon von denen extrahieren Leider Was schade ist Also, ich kann quasi nur das allerletzte Pokémon extrahieren Nur das kann ich nutzen Alle anderen nicht Und da die NPCs ja nicht wechseln Kann ich, ja Kann ich keine anderen nutzen Äh, Shift F1 Oh, nice Ist das Kigli? Ist aber echt so dumm aus Was? Wow, nice Okay, einfach weil er nervig ist Perfekt Äh, Shift Ähm Überlebst du das? Nein, natürlich nicht Okay, dann werfen wir einfach ein paar Superwelle Okay Perfekt Perodefektor Wir haben ein Team Erfolgreich ein Team Rocket Pokémon gefangen Und da wird auch eins von denen gefangen Die eigentlich Eigentlich Äh, nicht erreichbar sein sollten Ich bin grad blind Ich seh's in meiner Liste nicht Welche Pokédexnummer hast du? 109 Danke So Gleichzeitig kann ich das hier von durch Höh Natürlich brauche ich die Entwicklung noch Ja Ja Das war definitiv auch ein Spaß Naja Aber das ist irgendwie Das ist irgendwie schön So Ich kämpfe gegen Team Rocket Und bekomme einfach Eines ihrer Ihrer Pokémon Das ist irgendwie nice Dass das genauso alignt Ist doch auch insane Äh, ja Na, wie gefällt's dir? Wir haben erfolgreich Den Pokémon-Turm geschafft Beziehungsweise haben wir glaube ich nicht Eure Mr. Fuji da oben nur ruinen müssen Wir müssen noch mal hoch Leute Aber ich glaube das machen wir im nächsten Part Bewerten nicht vergessen Und ciao Das ist irgendwie so Das ist irgendwie so Untertitelung des ZDF, 2020